die Katze wird ersetzt durch den Geparden und dann überlegt er, welche Eigenschaften des Geparden würdest du gerne haben in dieser Situation. Könnte jetzt sowas sein wie Agilität, wie Geschwindigkeit, wie Schnelligkeit und so weiter. Und dann stehen sich auf einmal nicht mehr Katze und Löwe gegenüber, sondern es stehen sich Gepard und Löwe gegenüber. Und mit